Ich mag Basketball an der Hilde, weil es ein Bewegungssport ist, weil es sehr viel Spaß macht und weil auch sehr viele nette Kinder mitmachen. Ich mag Basketball an der Hilde, weil die Leute und die Handlung sehr cool sind. Ich mag Basketball an der Hilde, weil Basketball an unserer Schule eine sehr hohe Bedeutung hat und der Trainer und die Kinder auch in der AG sehr nett sind und das ist auch alles ziemlich gefördert für uns. Ich mag Basketball an der Hilde, weil der Trainer nett ist, die Handlung groß ist und die Spieler auch sehr nett sind. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018